Ah, wenn ihre Skelette kämpfen, kriegt sie auch Erfahrung, hä? Äh... Ja, ich seh's. Deswegen hoffe ich, dass du uns bei euch mal einen riesen Batzen Geld bringst. Dass wir einen zweiten Ballistatower hier zum Schutz hinstellen können. Ah, da kommt schon wieder einer. Von der Sorte. So, jetzt... hab ich einfach mal Bock, richtig loszulegen mit den Quorms. Aber wenn mich das gerade ein bisschen... Das geht ja nicht nur auf die Quorms, das geht ja auf alle. Okay. So, Healing Potions im Trade-Camp. Sehr schön. Ein Market Day hier. Und am besten fangen wir mal hier mit den Forschungen in der Library an. Die Library lassen wir in Ruhe. Eine Library mit Forschungen reicht. Sehr schön. Jetzt fehlt noch ein Dwarf und wir sollten an der Seite vielleicht noch eine Dwarfen-Ballista bauen. Hier so hin. Und dann eigentlich nur noch auf das Beste hoffen. Ja, gerade aus solchen Gründen sollte ich aufpassen, wo ich hinklicke. Ich glaube, das ist ein Wehrwölfskastle, wenn da ständig Wehrwölfe rausgekrochen kommen. Eine Statue wäre auch nicht schlecht. Ja, so viele Passants zu haben und auch noch Zwerge, die bauen können. Das ist eine ziemlich gute Sache. Ich hoffe, dass wir bald den Drachenhaut finden. Das war hier eine. Ja gut, die paar Wehrwölfe, die sind jetzt nicht so tragisch. So, jetzt wird es mal Zeit, dass wir... Oh. Oh je. Ein Evil Castle und ein Wurdenkipp. Das sind wahrscheinlich die anderen beiden. Ach du meine Güte, kommt jetzt ein Drachenangriff. Das ist nicht so schön. Ja, das ist jetzt nicht so schön, der Drachenangriff. Das ist nicht so schön, der Drachenangriff. Ich würde mir echt dankbar darüber, wenn ihr was machen würdet. Das war... Einer meiner Ranger, da war einer meiner Zwerge, hops. Ah, die Mission ist wieder... Mehr als sie zu sein scheint. Vor allem, wo sind meine ganzen verdammten Schwertkämpfer wieder? Ich will den da loswerden, bitte. Ich will den da loswerden, bitte. Der Drache da oben ist noch recht nervig. An unwelcome In the name of the Sovereign Okay Okay. Your Majesty, a new building is complete. In the name of the Sovereign. If I had my good hammer, you'd be soren. If I had my good hammer, you'd be sorry. I feel... Your Majesty, a new building is complete. Ah, ja. More gold, your Majesty. Healing potion, resting at home, resting at home is going home. Ihr seid so unnütz. Ey. Tax collector. Your Majesty, a new building is complete. Da kommt schon wieder ein Drache. Die Drachen kommen aus der Wind Keep da oben auf jeden Fall. Your Majesty, a new building is complete. Das ist doch gut, dass die immer so ableveln gut wäre es auch wenn wir jetzt ein bisschen ruhe hätten also hier scheint irgendwo nachher das tumm aufzutauchen auch your majesty wrong makes me stronger Ha, totgekriegt. Sehr schön. Ja, da kommen mit Wüsten raus. Ich hätte gerne die beiden vom Ballistatürm flankiert, so. Hat das jetzt eigentlich gereicht für eine Fontäne schon? Wirklich, wirklich. Ich muss auf jeden Fall meinen Trading Post wieder aufbauen, aber ich glaube, den baue ich dann... Ja doch, den werde ich da oben wieder aufbauen. Oh, aber es hat für ein Gazebo gereicht. Flamesheet und Powershock erforschen. Wow, da kommt ein Minotaurus auch. Was Neues. Jetzt kann ich nur mal hoffen, dass unser Text-Kollektor irgendwann mal das Geld aus dem Marketplace wieder abholt. Dass wir... Brawl macht mich stärker. Das sei jetzt nur eben... Der reißt gleich den Ballistatower ein, oder? Ja. Oh. Und es spawnen neue Drachen von überall auf der Map. My service ends. Hold your mess. My service ends. Your Majesty, a new building is complete. Mhm. So, Withered before me. In the name of the Sovereign. Ernsthaft, wenn mein Marketplace eingerissen wird, dann ist das nicht gut. Die reißen mein Marketplace ein. Die reißen mein Marketplace ein. In the name of the Sovereign. Das hat mich jetzt gerade eine meiner stärksten Priester gekostet. Was hätt ich vielleicht früher machen sollen? In the name of the Sovereign. To Oblivion. Call in the reinforcements. My service ends. Sold your majesty. Blast dinge. Wild Adventure. WILED ADVENTURE…